Die Hessenschau kürt jedes Jahr das dollste Dorf Hessens. Mehrere Orte treten in dem Wettbewerb gegeneinander an. Welche das sind, entscheidet das Los. Am Gründonnerstag 2007 wurde Friede Gerode aus der Lostrommel der Hessenschau gezogen. Die Friede Geröder mussten sich gegen insgesamt 49 Bewerber durchsetzen. Von der sensationellen Zwischenrunde bis zur Endrunde auf dem Hessentag in Hombeck FC 2008. Friede Gerode im landesweiten Wettstreit. Tolles Dorf. Hessen sucht das Dorf des Yachts. Das dolle Dorf diese Woche heißt Friede Gerode. Ein Ortsteil von Oberaula, hat etwa 300 Einwohner und liegt im Schwalm-Eder-Kreis. Schwelmer sind die Friede Geröder allerdings keine. Darauf legen sie auch Wert. Die Friede Geröder wohnen nämlich im Knüll. Sie sind also sozusagen echte Knüller. Die Großen wie die Kleinen. Das ist der Erste. Aber wir zählen weiter. Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus fiel das Zählen schon schwerer. Mehr als die Hälfte aller Dorfbewohner war zum Feiern gekommen. Am nächsten Morgen brennt es. Die Katastrophe kann aber gerade noch einmal abgewendet werden, denn die Feuerwehr von Friede Gerode ist mit ihrer Spritze aus dem Jahr 1852 und viel Muskelkraft zur Stelle. Wo so richtig was los ist, sieht man auch meistens diese drei jungen Damen. Beschaulicher geht es beim Angeln am Osterteich zu. Das ist immer am Karfreitag von 8 bis 11 Uhr und jeder Angler darf maximal fünf Fische rausholen. Und die haben sie vor ein paar Wochen auch noch selbst ins Wasser geworfen. Die sind vor einigen Wochen eingesetzt worden. Ja, das ist immer das Übliche. Aber anders geht's nicht. Wenn man hier welche rausfangen will, muss man sie vorher einsetzen. Die Friedige Röder Schützen haben zwar einen der modernsten Schießstände weit und breit, am liebsten schießen sie aber auf ihre berühmte rote Wurst. Genauer, auf den Faden, an dem sie hängt. Woher der Brauch kommt, weiß keiner, aber das Spektakel hat Tradition und wird dankend angenommen. Die Wurst ist der größte Preis. Also wer es geschafft hat, eine Wurst zu schießen, der nimmt die stolz mit nach Hause. Wir zählen weiter. Eins, zwei, drei. Wer das ist, erkennt jeder gleich. Natürlich die No Angels. Allerdings in der Cover-Version von Friederige Rohde. Und wo so richtig was los ist, naja, das ist ein Wälder. Bei strahlendem Sonnenschein gibt's unter der Dorflinde grünes Soße. Die schmeckt zwar hervorragend, ist aber erstens nicht richtig grün und zweitens doch wohl in Frankfurt geklaut, oder? Nein, ihr habt's von uns geklaut, ihr könnt's ja gar nicht richtig. Wir haben's richtig gemacht. Okay, wie geht's denn hier richtig? Wir machen nicht alles kurz und klein. Wir machen Stückchen und frische Kräuter, nicht wie ihr importiert. Ihr importiert auch von uns vom Land. So was Schönes habt ihr noch in Frankfurt gar nicht, das weiß ich. Das nennt man Selbstbewusstsein. Selbstbewusst agiert auch die Theatergruppe in Mundart. Es geht um die Toilettenspülung. Ach, Matje, komm, setz dich doch. Ja, ah. Antje, wenn du noch einmal zieht hast, da gehst du mal auf den Abtritt und spielst mal. Ich hab doch nicht den Knopf gefangen. Das ist doch nicht schlimm. Wir sammeln meist sowieso drei bis vier Hofe, bevor wir spielen. Das kostet auch sonst viel zu viel Wassergeld. Das machen wir auch. Wir zählen weiter. Langsam wird die Sache etwas unübersichtlich. Acht, neun, zehn kleine Osterhasen, also Hauskaninchen, drei Tage alt. Wir waren's in elf. Und noch ein paar mehr hast du nicht gefunden. Die sind irgendwo im Stall. Ja, die sind irgendwie verschwunden. Die finden sich wieder. Und einen Chor hat Friede Gerode auf. Nicht nur nach Meinung der Friederige Röder ein idyllischer Ort, besonders um die Osterzeit. In den letzten Jahren wurden öfters auch schon mal vor Ostersonntag Eier gesucht. Warum also nicht auch dieses Jahr. Die Kinder jedenfalls hat's diebisch gefreut. Hast du den Osterhasen gesehen? Ja? Wie sah der aus? Der ist weggerannt. Vielleicht zu den drei Schlossfräulein, die hier in der Nähe wohnten und zur Kirmes immer ins Dorf kamen, um mit den Burschen zu tanzen. Vor Mitternacht mussten sie aber wieder ins Schloss sein, sonst hätten sie ihr Leben verwirkt. Eines Abends, als wieder in Friede Gerode Tanz war, vergaßen die Mädchen allerdings die Zeit und kamen erst nach Mitternacht zu Hause an. Am nächsten Morgen war der Hornsbach rot wie Blut gefärbt und die Burschen wussten, dass die Mädchen mit dem Tode bestraft wurden. Jetzt sage einer, in Friede Gerode herrschten raue Sitten. Sage. Natürlich. Eine Sage. Ja, Erlenbach im Odenwald. Einfach unschlagbar. Zumal die im Norden heute auch noch mit einem symboleverkaterten Moderator zu kämpfen haben. Jens, wo bist du denn überhaupt? Aha, Anne. Ja. Nicht ganz. Ja, Anne, bei euch die Stimmung ja offensichtlich ganz nett, aber liebe Zuschauer, wenn sie richtig gute Stimmung erleben wollen, dann müssen sie in den Schwalm-Eder-Kreis kommen. In einen Ortsteil von Oberaula und dann am besten nach Friede Gerode. Friede Gerode oder auch Freirot, wie die Friede Gerode in aller Kürze und aller Würze ihren Ort so nennen. Im nächsten Jahr wollen die Menschen hier ihr 777-jähriges Dorfjubiläum feiern. In diesem Jahr wollen sie dollstes Dorf werden. Also haben sich eine ganze Menge vorgenommen. Dieser kleine Ort im kurhessischen Bergland, wie man früher sagte, inzwischen sagt man Rotkäppchenland. Also, tolles Dorf. Knüllerdorf mitten im Knüll. Und Jochen Schmidt weiß noch mehr zu berichten über Friede Gerode. Da, wo sich die Berge knüllen, da liegt Friede Gerode im Knüll. Auffällig ist eine klare Verteilung unter den 318 Einwohnern. Da gibt es die Schaffer, die, die am Löffel lecken, die flinken Köppe und unsere Kinder, also deren Kinder. Von denen gibt es hier auffällig viele. Udo macht gerade wieder eins. Doch, denn der Sage nach kommen alle kleinen Kinder von Friede Gerode aus dem Kuttebon. Irgendwie, jedenfalls funktioniert er wunderbar. 40 Kinder bei 320 Einwohnern, das spricht für lange und kalte Nächte. Wir haben uns gedacht, die Bauaufgabe sollte mal die Mütter so ein bisschen belohnen für ihre Arbeit. Nämlich auf dem Kinderspielplatz hier gibt es keinen Unterstand für die Mütter. Deswegen sollte einer gebaut werden. In Fliegenpilzformat, mit Wickeltisch und mit Schminktisch. Ob das in irgendeiner Form vorwärts ging, weiß Jochen Schmidt. Das Ausmessen bereits verlegten Pflasters wird ja im Allgemeinen völlig unterschätzt. Ja, Pflaster ausmessen ist eine wesentliche Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Umgang mit unserer heutigen Bauaufgabe. Ein Fliegenpilz als Unterstand für Mütter auf dem Kinderspielplatz mit Wickeltisch und Schminkeinrichtung. Herbert Bornkessel, er da, der eigentliche Bauleiter, ist ein klitzklein bisschen entsetzt. Das war mit das Schwierste, was ihr bis jetzt verteilt habt, so schätze ich mal. Ja? Ja. Also das sieht man schon, ihr mutet bei Rot allerhand zu. Aber ihr schafft das, oder? Wir schaffen das, logisch. Weil wir sind ja Schaffer, sagt er. Ein paar Häuser weiter wohnt übrigens der Schlosser. Der schafft am Dach, sagt er. Erkennen kann man es nicht. Also wird zur Sicherheit im Hof eine Art Ansichtsexemplar aufgestellt, um jedem eine ungefähre Ahnung davon zu geben, was am Ende hier rauskommen soll. Hauptsache, da ist man sich einig. Hauptsache, das Ding wird stabil. Man baut hier gerne direkt für die Ewigkeit. Und dann, Le Grand Malheur mit der Kante. Die soll da hinne hin. Und die soll auch da hinne hin. Das sieht man schon nicht. Man kann wirklich was bescheißen. Also neu. Ja, es macht sich eine gewisse Korinthen-Ausscheiderei breit. Und von einem Pilz mit Wickeltisch und Schminkeinrichtung sind wir nach zwei Stunden erschreckend weit entfernt. Junge, Junge, die mögen es aber auch spannend. Ja, aber diese Spannung können wir relativ schnell auflösen, indem wir uns diese Bauaufgabe mal anschauen und gucken, ob sie gelöst wird. Hier ist der Unterstand für die Mütter von Friedige Rode. Wir sehen, er ist tatsächlich in Pilzform gelungen. Das sieht man vor allen Dingen am Dach. Rot mit weißen Punkten spricht für Fliegenpilz, wenn ich im Botanik-Unterricht aufgepasst habe. Darüber hinaus wollten wir, dass ein Wickeltisch dabei ist. Den sehen wir da auch mit einer Babypuppe. Richtiges Wickeln haben wir uns mal gespart, haben wir uns gedacht. Vielleicht besser. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt in dem Moment einen Schminktisch mit Spiegel. Außerdem sieht es sehr gemütlich aus. Die Mütter sitzen da mit den kleinsten Friedige Rödern. Ach, ist das süß. Schläft da. Seht ihr das? Bei dem ganzen Lärm hier unglaublich. Ah, neben mir der Bauleiter, Herr Bornkessel. Wenn ich mir das Dach anschaue, könnte ich vermuten, dass das die schwierigste Sache war, oder? Das Dach war also die schwierigste Aufgabe, die wir bisher bewältigen mussten, weil eben diese Achtecken auch genügend Konstruktion zum Tragen haben mussten. Und das war also eine recht knippelige Aufgabe. Aber ist Ihnen ja sehr gut gelungen. Wann werden Sie den jetzt zum Spielplatz transportieren? Also wahrscheinlich morgen oder übermorgen wird er da hoch transportiert und dann gibt es natürlich nochmal ein richtiges Fest. Und damit er richtig eingeweiht wird. Und dann wird er da auch für die nächsten tausend Jahre stehen bleiben. Denke ich mir mal. Vielen Dank, Herr Bornkessel. Also, ich kann guten Gewissens sagen, vorher fragen. Liebe Kinder, findet ihr es gut? Ja! Auch wir hatten eine Kochaufgabe. Und hier sehen wir das Küchenteam. Und die Küchenchefin ist diesmal zum ersten Mal in dieser Woche ein Küchenchef. Gerd Konradi. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr Konradi. Herr Konradi, warum kochen Männer besser als Frauen? Ich will nicht sagen, dass sie unbedingt besser kochen, aber mit Sicherheit anders. Was kochen Sie denn anders hier im Ort? Was ist so das Nationalgericht? Also unter Nationalgericht sind die klassischen Mehlklöße mit Kringwerk. Über Deutsch umgesetzt heißt es Lauch oder Porree. Lauch oder Porree. Mein Lieblingsessen. Allerdings mussten Sie das heute verfeinern. Mit Kakao, Senfgurken, getrockneten Pflaumen und schwarzen Nudeln. Ob das in irgendeiner Form von Chaos in der Küche gesorgt hat, weiß Jochen Schmidt. Also man nehme schwarze Tagliatelle, Senfgurken, Kakaopulver und Trockenpflaumen. Des Weiteren braucht man eine Handvoll Friediger Röderinnen und einen Friediger Röder. Der ist nämlich vom Beruf Koch. Und schon flutscht das Ding. Es gibt übrigens Lauch satt in den Bauch. Es sind ja Kreationen dabei, die wir selber noch nicht kennen. Die haben wir einfach ein bisschen gebastelt gehabt. Ja, und das ist der Basteltrupp mit Basiswerkzeug. Für die original Friediger Röder Mehlklöße mit schwarzem Magen und unseren Backpflaumen. Aber schwarze Tagliatelle, also die ist ja auch abgeschreckt, eher abschreckend, sagt einer. Aber egal, erst mal Schnaps, dann bricht sich die Kreativität wieder Bahn. Und wir sollen uns mal keine Gedanken machen, das sei gerade gut, um den Kopf freizukriegen für die finalen Mehlklößchen auf karamellisiertem Lauch-Rabarber-Konfit mit Schokosahne. Ich denke mal, das hat Friediger Röder Grenzen noch nicht überschritten. Ja, das denken wir inzwischen auch. Letztendlich ist ja alles eine Frage des guten Geschmacks. Und der Norden, der ist ja bekanntlich der kreative Teil von Hessen. So, und damit zur Auflösung meiner Lieblingsaufgabe, Herr Konradi. Es sieht toll aus, wunderbar gedeckt, unser Tischlein. Aber jetzt verraten Sie mir mal nacheinander, wie Sie mit unseren Zutaten umgegangen sind. Was ist das? Das ist die Tagliatelle, die haben wir mit einer Sahnesauce, mit dem Lauch, der sich wie ein rotes Band, sag ich mal, durch das komplette Menü zieht. Das ist die Grundlage und mit den Senfgurken verfeinert. Sehr lecker. So, wo sind die Klöße hier? Was haben Sie da mit denen noch gemacht, sodass wir es dann auch richtig gut fanden? Ja, das ist das Hauptgericht, wo wir die Pflaumen noch mit eingearbeitet haben. Und lecker viel Lauch drin. So, Nachtisch ist das hier. Wo ist da unsere Zutat dabei? Das war eigentlich unsere größte Herausforderung. Ich habe den Lauch karamellisiert vorher, mit Rhabarber angereichert. Und die Mehlklöße haben in dem Fall süß gehalten. Hervorragend. Es schmeckt alles toll. Vielen Dank, Herr Konrad. Ich darf sagen, zweiter Punkt eingefahren. Herzlichen Glückwunsch Friedigerode. Bei Gleichstand heißt es wieder, wir müssen eine Entscheidung finden. Und zwar in der hessenschau um 19.30 Uhr. Wenn wieder beide Dörfer live und gleichzeitig gegeneinander antreten werden. Heute ganz besonders schöne Disziplinen. Eier-Hürdenlauf. Die Entscheidung, welches der Dörfer ins Finale beim Hessentag einzieht, sehen Sie jetzt. Mein Kollege Jens Kölker ist in Friedigerode im Schwalm-Eder-Kreis. Und Anne Brüning ist in Erlenbach im Ohnwald. Die Entscheidungsaufgabe live gleichzeitig und in Farbe in der hessenschau. Beide Dörfer spielen dasselbe Spiel, nämlich Eier-Hürdenlauf. Beide Dörfer haben zwei Mann dafür an den Start gebracht. Hier in Friedigerode sind das Philipp und Simon. Richtig, genau. Und ihr startet gleich mit dem Eier-Zack-Zack-Zack hier über diese Hürden. So schnell es nur übrigens geht, bis dahinten hin. Da sind die Eier. Aufladen, wieder zurück. Dann dürft ihr sie dahinten abladen. In diesem Moment dürft ihr die Eier anfassen. Sonst nicht. Wenn ihr ein Ei verliert, zurück, neues holen, hier abladen. Wer in zwei Minuten die meisten Eier schafft, ist beim Finale auf dem Hessentag. Andreas, wir warten auf dein Startsignal. Genau, das Startzeichen kommt hier aus dem Studio in Frankfurt. Und ich sag auf die Plätze. Fertig. Los. Und in Friedigerode läuft die Zeit. Und hier laufen Simon und Philipp. Und die beiden Jungs geben richtig Gas. Wir gucken genau hin. Die Eier werden nicht mit den Fingern berührt. Die ersten beiden Eier sind abgeliefert. Frei im Land im Worthof von Olli Kahn. Wir brauchen Eier, Eier, Eier. Und die beiden sind schon mit den nächsten beiden da abgelegt. Und haben schon wieder Gas gegeben. Und laden dort hinten die Eier Nummer 5 und 6 auf. Und im Schweinsgalopp geht's zurück. Und ich gebe zu Anne Brüning. So, wir haben jetzt vier Eier in unserem Eierkarton. Die beiden hier machen sich erst ein bisschen warm noch. Aber wir sind sehr optimistisch. Denn wir haben es hier mit niemand Geringerem zu tun, als mit Sascha, deutscher Meister im Steinstoßen. Und mit Georg, der sicherlich Osterhase des Jahres 2007 war. Ich habe das Gefühl, die werden schneller. Wir haben jetzt sechs Eier im Karton. Und hier sind die nächsten zwei Auer auf dem Weg. Wir haben also gleich acht. Und ich gebe zu dich an jetzt und frage, wie viele hast du denn? Noch eine Minute. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ganz viele. Ich kann's jetzt gerade nicht auf die Schnelle zählen. Und hier kommen auf jeden Fall die nächsten beiden dazu. Und die beiden geben weiterhin alles. Das ist unglaublich anstrengend, liebe Zuschauer. Aber die beiden werden getragen von einer Vogel der Begeisterung der Friedi Gilröhler. Man hört vielleicht, hey, hey, hey. Und hier, ihr macht das, Jungs. Die sind die absoluten Lieblinge in diesem Moment. Sieht diese beiden. Oh, da wurde das erste Ei verloren. Anne, wie sieht es bei dir aus? Noch 30 Sekunden. Also, es sieht sehr bunt bei uns aus hier in dem Karton. Ich kann im Moment auch noch gar nicht zählen. Da muss ich mich nachher richtig drauf konzentrieren. Hier ist gerade ein pinkes Ei im Anmarsch. Die vier Bankhalterinnen halten ganz tapfer die Bänke und sehen auch noch unglaublich gut dabei aus. Und der Sascha ist schon wieder unterwegs. Bringt uns das nächste gelbe Ei dicht gefolgt auch vom Georg mit einem blauen Ei. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Das leider nicht mehr. Das muss ich wegnehmen. Das war zu spät. Und ich zähle schnell durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwanzig, zwanzig, dreieundzwanzig. Liebe Anne, wie viel habt ihr? Sag's uns. Ja, wir zählen mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Und da verließen sie mich. Herzlichen Glückwunsch nach Friedigerode. Oh, wir trauen jetzt. Voll gemacht. Friedigerode hat es geschafft. Und hier brechen jetzt alle Dämme. Die beiden, die werden zu Ehrenbürgern erklärt. Unglaublich. Ich glaube, es wird eine lange Nacht. Wir sehen Sie auf dem Hessentag wieder. Tolles Dorf. Hessen sucht das Dorf des Jahres. Das große Finale. Herzlich willkommen im HR-Treff in Homberg-Efze auf dem Hessentag. Und hier sind Anne Brüning und Jens Kölker. Und ganz herzlich willkommen natürlich die fünf Finalisten, die fünf dollsten Dörfer Hessens. Hier sind sie. Hier sind sie. Todenhausen. Leimenhain. Trubenhausen. Beerstadt. Friedigerode. Ortsteil von Oberaula im Schwalm-Eder-Kreis. Also direkt hier um die Ecke vom Hessentag. Herr Herr, Sie sind der Ortsvorsteher. Wie viele Kilometer sind es genau? 30. Und deswegen haben mich auch 130 Menschen begleitet hierher. Also die Friedige Röder haben ein Heimspiel. Und was sie zu Hause selbst geleistet haben, zeigen wir ihnen jetzt. Ach . Ach. 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 Achtung! Es ist ja gut, dass wir jetzt direkt mit dem ersten Spiel anfangen, nämlich mit unserem Hessen-Quiz. Dann fangen wir an mit der ersten Frage. Hier kommt sie. Welcher bekannte deutsche Arzt arbeitete ab 1888 in Frankfurt? A. Ferdinand Sauerbruch oder B. Alois Alzheimer. Überlegt euch das Ganze in Ruhe. Ich sehe 1, 2, 3, 4 mal Antwort A, also Ferdinand Sauerbruch. Nur Berstadt hat mit B geantwortet, nämlich Alois Alzheimer. Berstadt, warum B? Ich glaube, ich habe das mal gehört. Da kommen die ersten Lacher, aber er hat richtig gehört. Die Antwort ist richtig. Die zweite Frage, Konzentration. Und ich darf noch mal darum bitten, nicht aus dem Publikum vorzusagen. Was wird im Volkswagen-Werk Baunatal bei Kassel hauptsächlich produziert? A. Getriebe. B. Klimaanlagen. Ich sehe 1, 2, 3, 4 A. Und das ist ja wie gerade, oder? Berstadt, diesmal B, auch wieder gesagt, Klimaanlagen und viermal A. Diesmal ist es genau andersrum. Die vier haben richtig. Aufgabe Nummer 3. Unter welchem Namen ging die Zwischenrundenpartie zwischen Deutschland und Polen am 3. Juli 1974 in die Fußballgeschichte ein? A. Regenschlacht oder B. Nicht-Angriffspakt? Ja, da herrscht Einigkeit hier auf der Bühne bei allen fünf Kandidaten. Alle haben Antwort A gesagt. Alle sagen Regenschlacht. Ja, was anderes kommt noch nicht in Frage, oder, Tottenhausen? Das habe ich noch in Erinnerung. Da waren die Wasserwalze am Berg. Das war die Regenschlacht. Das vergisst keiner so leicht. Und alle haben richtig geraten. Frage Nummer 4. Was versteht man in Südhessen unter Schadeng? A. Schnaps oder B. Garten? Einer hat A gesagt, Kleimenheim. Antwort B ist richtig, Garten. Garten heißt Schadeng. Vier richtige Antworten und es sieht noch ziemlich ausgeglichen aus. Das wird ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen, habe ich das Gefühl. Frage Nummer 5. Anna Lührmann war 2002 die jüngste A. Deutsche Tennismeisterin oder B. Bundestagsabgeordnete? Tja, das weiß ich. Ist nicht so ganz leicht, habe ich das Gefühl. Friedrich Gerode ist mutig, stürmt nach vorne und sagt erstmal B. Und alle anderen ziehen offensichtlich nach. Da kann man nicht viel falsch machen. Da kann man nicht viel falsch machen und alle haben richtig geraten. B. Bundestagsabgeordnete. B. B. Geschickte Taktik, muss ich zugeben. Soweit habe ich nicht gedacht. Frage Nummer 6. In welcher hessischen Stadt steht der lange Louis? Der lange Louis. Und ich will nichts vorgesagt hören. Pssst. Ruhe bitte im Publikum. Ja, Kleimenhain, jetzt möchte ich gerne mal wissen, warum denn A? Warum denn Darmstadt? Ich meine, ich hätte das Ding schon mal da gesehen. Pssst. 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 Punkt ist eingefahren, wunderbar, alle richtig gemacht. Frage Nummer 8. Wie hieß Hessens Ministerpräsident, der sein Amt 19 Jahre inne hatte? A. Holger Börner oder B. Georg August Zinn? Also ich weiß nicht, ist das Taktik oder ist das Wissen? Richtig ist es jedenfalls, alle wieder richtig. Ich könnte mir vorstellen, bei der nächsten Frage, ist das Ergebnis ähnlich eindeutig? Frage Nummer 9. Welcher Supervogel landete erstmals am 29. Oktober 2005 in Frankfurt? A. Der A360 oder B. Der A380? Antwort B ist richtig, der Supervogel heißt A380. Also, Frage Nummer 10. Was lockte die Pilger im 14. Jahrhundert nach Gottsbüren? A. Der Leichnam Christi oder B. Der Klumpfuß des Teufels? So, wir sehen einmal A, einmal B, dreimal A, zweimal B. Totenhausen, warum A? Warum der Leichnam Christi? A. Ich habe es im Grunde genommen geraten, der Ort heißt Gottsbüren. Ich kann mir vorstellen, dass es da mal Pilger gab und die werden eher zu einem frommen Zweck gepilgert sein. A. Gleimenhain, warum B? A. Ich glaube, der Gottsbüren hängt damit zusammen. Der Leichnam Christi ist, glaube ich, nie irgendwo hingebracht worden, ist da geblieben, wo er gewesen sein soll und deswegen der Klumpfuß des Teufels. Tja, also klingt beides sehr logisch. Und das Spiel, ich finde, richtig ist nur eine der beiden Antworten, nämlich A. Der Leichnam Christi. Der Leichnam Christi in Gottsbüren. Und damit ist das erste Spiel beendet. Und wir zählen mal ganz in Ruhe nach. Bärstadt hat 1, 2, 3... Ach, ihr habt vergessen, Bälle zu holen. Entschuldigt, bitte. Tja, das wusstet ihr doch. Verzeihung, hätte ich ja fast einen Fehler gemacht, um Gottes Willen. Wir passen ganz genau auf. Vielen Dank, liebe Regie. Wir zählen durch. Bärstadt hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bälle. Friede Gerode hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bälle, also 8 richtige Antworten. Totenhausen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 richtige Antworten, also 9 Bälle. Gleimenheim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bälle. Ist das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bälle für Gleimenheim, für 7 richtige Antworten. Und Totenhausen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bälle, 9 richtige Antworten. So, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Spiel, nämlich mit dem Dollesdorf Parcours, dem Geschicklichkeitsparcours. Und eins ist sicher, diesmal werden die Punkte nicht so nahe jetzt beieinander liegen. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, worauf es ankommt. Ich bitte gut aufzupassen, weil ich werde das nur einmal erklären. Jeder von den drei Orten ist ja mit drei Mann vertreten. Zwei Mann werden jetzt gleich, wenn der Startschuss schallt, jeweils hinter der Mauer warten. Verstanden? Einer hat die Aufgabe, erstmal hier vorne Klarschiff zu machen. Und das sieht wie folgt aus. An diesen Tisch gehen und alles einpacken, was man für eine schöne Fußball-Public-Viewing-Grillparty alles so braucht. Sprich, Tischdecke und Decken für die Bänke. Rein hier in die Schubkarre. So heißt es. Dann das Bier, weil ohne Bier geht gar nichts beim Fußball gucken. Rein damit. Teller, Gabeln, Löffel, Becher, Fahnen und diesen Sonnenschirm. Alles rein in die Schubkarre. Irgendwo ist auch nur noch eine Tröte, bin ich mir sicher. Wo ist die? Finden wir. Oder da unten? Okay. Werden wir sehen, wo die ist. So, wenn das dann alles hier drin ist. Schubkarre nehmen. Kantapa, Kantapa, Kantapa. Ganz schnell. Und natürlich unter dem tosenden Applaus. Ich mach das nochmal. Unter dem tosenden Applaus der Dörfer geht es dann hier runter. Aufgepasst, hier ist eine Schotterpiste. Also wenn da was aus der Schubkarre rausfällt, sofort wieder einladen. So, dann kommt der Mann mit der Schubkarre hier zum Stillstand. Dann muss er alles, was er in seiner Schubkarre hat, alleine rausholen, hier auf der Mauer abstellen. Stück für Stück, so schnell es geht. Klar soweit? Klar. Wenn alles leer ist, darf er auf die andere Seite gehen und zu dritt wird dann dieser Platz aufgebaut. Lässt du mich mal kurz durch? Vielen Dank. So, bedeutet. Oh, Hauptsache ich vergesse jetzt nichts. Also, die Fahne hissen. Nee, nicht hissen. Aufstellen. Die Fahne aufstellen. Den Sonnenschirm aufstellen. Dann die Bierbänke und den Biertisch. Hier in der Mitte auf den eingezeichneten Markierungen. Die werdet ihr sofort sehen. Aufstellen. Dann die Tischdecken auflegen. Die Bankdecken auflegen. Und dann den Tisch ordentlich. Ordentlich decken. Was heißt ordentlich an dieser Stelle? Ganz einfach. Nicht so wie zu Hause. Nicht so wie zu Hause. Oder wenigstens ansatzweise besser. Nämlich, indem man ordentlich den Teller da auf den Tisch stellt. Den Becher daneben. Messer und Gabel dazu. Ob jetzt Messer und Gabel links oder rechts oder beide zusammen liegen, ist nicht so wichtig. Hauptsache es sieht anständig aus. Wenn dann, wenn dann alles aufgebaut ist, alle drei Mann sofort hinsetzen und die Tröte, die jetzt hoffentlich da ist, tröten. Und dann stoppt die Zeit und dann schauen wir weiter. Aufgepasst, denn unser Bundesliga-Schiedsrichter, Herr Wagner, ist die ganze Zeit auf eurer Höhe. Der wird die ganze Zeit mit euch mitlaufen und wird euch sofort anhalten, wenn irgendetwas nicht stimmt. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. So. Haben das alle verstanden? Einmal bitte nicken. Ja? Haben das alle verstanden? Da hinten, Totenhausen. Hallo, ich rede mit euch. Totenhausen. Alles verstanden? Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Dollendorf. Das ist Friedigerode. Zwei Mann hier hinter der Mauer, einer oben an der Schubkarre. Seid ihr bereit, Friedigerode? Ja! Und damit auf die Plätze, fertig, los! Friedigerode, das macht er nicht zum ersten Mal. Alles, was zu so einem richtig leckeren Public Viewing dazugehört. Zack, da ist der Sonnenschirm drin. Wer sagt eigentlich, dass die Nordhessen langsam sind? Auf durchs Kiesbett, bleibt alles in der Karre. Und da sind sie bei dir. Jawohl. Und ich habe das Gefühl, die haben sich einiges vorgenommen. Jedenfalls kommt hier der doppelte Biergrill zur Geltung. Zwei Flaschen auf einmal, geht immer. Und alles bitte oben ablaken. Oh, das war geschickt. Alles auf den Laken abgelegt. Das ist natürlich sehr geschickt. So, liegt alles oben? Ja, und damit können alle drei jetzt hier auf der anderen Seite der Mauer aufbauen. Passt ein bisschen auf, wenn ihr da die Dinger ausklappt, dass ihr euch nicht die Finger klemmt. Könnte wehtun. Eine Bank steht, ein Tisch steht, zweite Bank steht. Jetzt also die Tischdecke. Und die liegt schön ordentlich. Jetzt die erste Decke für Poppes, für die Bank und für die andere Bank. Inzwischen, oh, der Schirm ist runtergeklappt. Könnt ihr bitte nochmal hoch machen. Die Bierflaschen stehen ordentlich angeordnet. Der erste Teller steht. Zweite Teller steht. Dritter Teller kommt. So, ein Fähnchen ist runtergefallen. Drei Mann sitzen und tröten. An der Seite, da steht's doch. Da ist doch an der Seite. Stopp! Oh, 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 oh. Von der Zeit her, wow. Und ganz nah an einer anderen Zeit. Eine Minute 50. Ja, und wir wollen natürlich sehen, wie es nach dieser heißen Runde sich das Ganze auf den Punktestand ausgewirkt hat. Wir hatten ja gesagt, da wird es bestimmt nicht so knapp, aber Franziska, mal gucken, oder? Ja, wobei, Anne, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hätte ja noch ewig euch zuschauen können. Ich habe noch nie Männer gesehen, die so schnell mal den Tisch decken können. In der Tat, das hat Spaß gemacht. Ihr wart alle schnell. Todenhausen war die erste Startermannschaft und die hatte 2 Minuten und 16 Sekunden. Das ergibt nach unserer Umrechnung einen Punkt. Dann kam Beerstadt. Beerstadt kam als letztes, hat ein bisschen Zeit verloren, hat 2 Minuten und 10 Sekunden gebraucht. Und damit gibt es 2 Punkte für Beerstadt. Sehr gut, war sehr gut. Es wird aber noch schneller. Gleimenhain kam, dann wurde es noch schneller mit 2 Minuten und 1 Sekunde. Und das sind 3 Punkte. Trubenhausen war die schnelle Truppe aus Trubenhausen mit 1,52. Das sind 4 Punkte. Ja, und dann kam der Rekord. Friede Gerode mit 1 Minute und 50 Sekunden Spestzeit. Ich erkläre erstmal, worum es gleich in der nächsten Aufgabe geht. Ob die Ortsvorsteher denn ihre Einwohner, beziehungsweise einen ihrer Einwohner aus diesen Baden hier erkennen würden. Und der Ortsvorsteher von Friede Gerode wird nun an seinen Platz geführt. So was ist er nicht gewohnt. Holger Herr ist Kriminalbeamter übrigens. Normalerweise führt er Leute ab und wird nicht geführt. Ja, heute wird er mal abgeführt. Ich übernehme mal. Noch ein Stückchen weiter. So, alles gut. Stopp. Und einmal umdrehen bitte. So, nochmal ein Stückchen weiter. Jetzt würde ich Ihnen die Kopfhörer abnehmen. So, die dürfen Sie jetzt abziehen. Ich hoffe, die Musik war angenehm. Und die Brille dürfen Sie jetzt auch abziehen. Weil hinter dieser argentinischen Freistoßmauer sehen Sie fünf Paare Waden. Und ein Paar Waden kommt aus Ihrem Ort. Und Sie müssen uns sagen, welches das ist. Gucken Sie sich genau an. Vielleicht erkennen Sie was wieder. Wie trägt man das Haar, das Beinhaar so? In Friede Gerode so wie überall. Nämlich offen. Ja, da fällt ja vielleicht schon mal einer raus, oder? Sollen Sie mal genau gucken? Es sind elegante Socken dabei, das muss ich feststellen. Und jetzt die große Frage. Trägt man in Friede Gerode elegante Socken oder nicht? Bei uns sind die Herrschaften eher einfach gestrickt. Da ist Baumwolle im Vorzug. Einfach gestrickt aus Baumwolle? Dann suchen Sie sich doch jetzt ein Paar aus. Der Mann kann kombinieren, das ist Kriminalpolizei. Das merkt man. Welches nehmen Sie? Darf ich noch ein bisschen nach links gehen? Sicher. Ja, aber hallo, alle dürfen Sie angucken. Fühlen ist nicht erlaubt. Eher so eine starke Behaarung ganz rechts. Dafür Baumwollsocken ganz links. Nein, wir in Friede Gerode haben eine starke linke Flanke, deswegen die Außenseite. Linksaußen? So, wir gucken nach, vergleichen die Waden mit den dahinterliegenden Gesichtern und sehen. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Ich glaube, das ist nicht länger aufzuhalten jetzt hier. Die Tethergebnisse sind da und es steht eigentlich auch schon fest, wer dollstes Dorf 2008 wird. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Grafik an, nur mit den Balken. Wo haben wir sie? Wo sehen wir sie? Da sind sie. Mal sehen, ob irgendetwas wächst. Oh ja. Noch alles nah beieinander. Na, da gibt es schon Unterschiede. Ja. Wollen wir uns das Ganze in Prozentzahlen nochmal angucken, Jens? Unbedingt. 13 Prozent, 16, 19, das liegt alles noch richtig beieinander. Oh, da ist ein Spruch. 24, 28. So. Und damit möchten wir jetzt wissen, wer hat die fünf meisten Telefonanrufe von unseren Zuschauern heute Abend bekommen? Sagt es uns. Es ist... Trubenhausen. Oh ja, wir haben gesagt, es ist noch alles offen. Trubenhausen, 13 Prozent. 13 Prozent. Und da wollen wir auch gleich wissen, wer hat denn die viertmeisten Anrufe bekommen heute Abend? Trubenhausen, 16 Prozent. Die drittmeisten Anrufe gehen an. Bleiben rein. Und ich befürchte, da zeichnet sich ganz schön jetzt was ab. So, und jetzt haben wir es eben schon gesehen. Auf den Balken und auch die Prozentzahl zeigt es 24 Prozent. Das ist nochmal ein ordentlicher Sprung. Es ist Friede Gerode. Ja, puh, was ein Jubel hier. Womit klar sein dürfte, dass Bärstadt die meisten Anrufe bekommen hat. Was heißt das? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Beruhigt euch. Ganz ruhig. Ganz, 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 ganz. So, jetzt machen wir es spannend. Franziska, was heißt das jetzt für das Endergebnis? Okay, wir fangen um an. Genau, wir rechnen ganz genau nach. Ihr rechnet alle mit, ist eh klar. Das bedeutet, Todenhausen hat acht Punkte. Sehr gut. Dann kommt Drubenhausen, zehn. Und jetzt kommt Friede Gerode. Zwölf. Zwölf. Das gibt's nicht. Damit kommen wir jetzt zu etwas, mit dem wir so ein bisschen gerechnet haben, aber bisher gab es das noch nie in der Geschichte vom Dollendorf. Unglaublich. Deswegen kommt jetzt eine Schätzfrage. Und dazu brauchen wir die Ortsvorsteher, glaube ich. Dafür bitte die Ortsvorsteher aus Friede Gerode und aus Bärstadt zu uns auf die Bühne. Und es ist so gekommen, der Norden gegen den Süden, aber ein guter zweiter Platz ist auch was wert. So, ich komme mit dir, Jens. So, für jeden von euch eine Tafel und einen Stift. Ich werde euch jetzt gleich eine Frage stellen. Passt irgendwie zur politischen Diskussion. Wie viele Milchkühe leben in Hessen? Das ist... Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wie viele Milchkühe leben in Hessen? Aktuell in Hessen, muss man vorher... Genau. Aktuell in der Lage sagen. Milchkühe, nur die Milchkühe. Einfach eine Zahl aufschreiben, bitte nicht vorsagen. Nicht, dass wir hier doch gleich schnell einen Sieger feststehen haben. Oh, da rauchen die Köpfe. Da rauchen die Köpfe. Und ich würde sagen, wir zählen mal langsam runter von fünf. Bärstadt hat, glaube ich, schon was rausgeschrieben, oder? Drei, zwei, eins, null. Sind die Ergebnisse getroffen worden, die Entscheidungen. Dann bitte einmal zur Kamera drehen die Zahlen, die ihr geschrieben habt. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, 160.000. Also, wir halten fest. Fertz... Genau, einmal bitte zu unseren Juroben. Bärstadt sagt 14.000 Kühe. 14.000 Milchkühe. Friedrich Rode sagt etwas mehr. 160.000 Milchkühe. Die Antwort und damit die Entscheidung, wer Dolstesdorf 2008 wird, lautet... Puh. Ich trau. In Hessen leben 150.557 Milchkühe. Damit ist Friedrich Rode Dolstesdorf 2008. Herzlichen Glückwunsch. Leute, Leute, vorsichtig mit der Bühne. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Kommt bitte zurück, bitte zurück, bitte nicht auf die Bühne. Schnell von der Bühne wieder runter. Hey. Bitte geht wieder auf eure Plätze. Bitte auf die Plätze. Ganz schnell wieder hinsetzen. Um Gottes Willen, was denn hier passiert? Kommt bitte sofort zurück. Bitte sofort. Bitte alle wieder hinsetzen. Alle wieder hinsetzen. Ach hey. Bitte ganz schnell wieder hinsetzen. Bitte, bitte setzt ihr euch wieder hin. Bitte setzt ihr euch wieder hin. Hallo, hallo. Ruhe, die Ruhe bleibt. Hinsetzen. Wir kommen jetzt zum offiziellen Höhepunkt. Ich bin mal gespannt, wie wir das mit der Bühne jetzt hinbekommen. Um Gottes Willen. Wir räumen hier schon mal ein bisschen um. Wir meiden vielleicht diesen Bereich hier. Genau. Wir freuen uns auf die Siegerehrung. Also ich bitte jetzt zu uns zur Siegerehrung, den Ministerpräsidenten des Landes Hessen, Roland Koch und den Intendanten des Hessischen Rundfunks, Dr. Helmut Reize. Bitte passen Sie ein bisschen auf. Gehen Sie hier rum. Grüße Sie, schön, dass Sie da sind. Grüße Sie, hallo. Hallo, Karazzo. Vorsichtig, bitte. Kommen Sie ruhig ein bisschen nach vorne, nur passen Sie bitte, bitte auf mit der Bühne. Um Gottes Willen. Oh, hier ist der Schreck. Herr Koch, haben Sie sowas schon mal erlebt? Nein, das habe ich noch nicht erlebt und ich gebe zu, auch ich hätte ziemlich falsch gelegen. Ich habe gedacht, es gäbe in Hessen mehr Rindviecher. So sehen Sieger aus. Das haben die Friede Geröder noch lange nach dem Hessentag in Hombeck FC gesungen. Der Sieg im Wettbewerb des Hessischen Rundfunks hat sie noch näher zusammengebracht. Obendrauf gab es eine hr4-Tanzparty für die Kirmes 2008. Also noch mehr Grund zu feiern. Das war es. Das stolze Dorf 2008 ist gefunden. Das hat uns gemacht. Das hat uns geschlafen. Das hat uns gemacht.